Hallo liebe Leute, an dieser Stelle sollte eigentlich lustige Witze laufen, aber ich bin gerade frisch zurück von Rock am Ring und ihr merkt, scheiße, ihr merkt, dass ich gerade nicht in der Verfassung bin, lustige Witze aufzunehmen. Aber ja, ganz kurz, was ist bei Rock am Ring passiert? Es war einiges los, wir haben viel erlebt, es war eine komplett neue Situation. Wir hatten teilweise Todesangst wegen dem Sturm, wir waren echt mitten in der Scheiße. Ich habe allerdings alles für euch auf Band und das wird es auch alles nächste Woche irgendwann geben. Ich werde jede Freie Minute daran setzen, dass ich das so zusammenschneiden kann oder ein gutes Video für euch fertig machen kann. Es wird ungefähr eine halbe Stunde gehen, schätze ich jetzt mal von vornherein. Also nehmt euch Zeit, euch das anzugucken, es wird auf jeden Fall großartig. Und ja, einen lustigen Witze habe ich trotzdem heute noch für euch, aber den wird der CEO für mich übernehmen, weil der gerade ein bisschen vitaler ist als ich. Deswegen verzeiht mir das heute einmal und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Hey Leute, was geht's? Seost hier. Und ja, heute übernehme ich mal diesen Part, da der Master Champ sich am Rock am Ring die Seele rausgeschrien hat und deswegen keine Stimme mehr hat. Mann, so ein Depp, nicht man, hab dich lieb. Und ja, dann würde ich sagen, nicht lang rumreden, sondern legen wir gleich los. Beim Mac Drive. Autofahren macht Spaß. Essen auch. Aber am meisten Spaß macht Essen im Auto. Deswegen besitze ich diese erhöhte Affinität zu Drive-In-Schaltern, speziell in meinem Lieblings-Fastfood-Restaurant. Das Vergnügen an dieser Self-Service-Version des Essen auf Rädern wird allerdings erheblich durch die Qualität der Gegensprechanlage gemindert. Gegensprechanlage? Meine Überzeugung nach hat sie diesen Namen deshalb bekommen, weil sie völlig gegen das Sprechen ausgelegt ist. Hallo, Ihre Bestellung bitte? Knarzt es aus dem Lautsprecher entgegen. Sound like... Schöne Lackplatte? Aus Erfahrung weiß ich allerdings, dass diese Stimme... Männlich? Weiblich? Eher männlich. Am anderem Ende des Dosentelefons soeben nach meiner Bestellung gebeten hat. Jetzt einfach zu bestellen wäre ja viel zu langweilig. Deshalb stelle ich zunächst eine Frage. Ähm, haben Sie etwas mit Huhn? Aus dem Lautsprecher ertönt ein schwer verständliches Wort. Ähm, wir hätten da ne Mac Chicken. Das aber eindeutig mit Icken endet. Ich antworte... Ähm, später vielleicht. Zunächst möchte ich etwas essen. Etwas lauter tönte es zurück. Chicken! Ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Nein, Sie müssen es mir nicht schicken. Ich würde es lieber gleich selbst abholen. Eine kurze Pause entsteht. Ich stelle mir belustigt die genervte Visage des Mac Knecht vor. Als die Sprechpause zu lang zu werden droht, sagte ich... Achso, Sie meinten Chicken. Nö, lieber doch nicht. Haben Sie vielleicht Presskuh mit Tomatensauce und Knusperbrötchen? Hamburger? Der Wahrheit entsprechend erwiderte ich... Nö, nö, ich bin von hier. Aber hat das Einfluss auf meine Bestellung? Wollen Sie jetzt einen Hamburger? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Ja, ich nehme einen. Schieß! Oh ja, nach letzter Mahlzeit hier hatte ich ordentlich Schiss. Aber mittlerweile ist meine Darmflora wieder wohl auf und ich denke, ich kann es erneut riskieren. Ob Sie Käse auf Ihrem Hamburger wollen? Achso, ja gerne. Ich nehme einen mittelalten Pyrenäen Bärkäse, nicht zu dick, von einer Seite leicht geschmolzen. Ob die nächste Ansage aus dem Lautsprecher... Sicher doch! ...oder eher... Arschloch! ...lautet, kann ich nicht exakt heraushören. Deutlicher erklingt jedoch... Was dazu? Ja, ja, ich hätte gerne auch diese gesalzenen, frittierten Kartoffelstäbchen. Also Pommes? Ja, für mich aus die. Groß, mittel, klein? Boah, gemischt würde ich sagen. Und zwar jeweils ein Drittel Groß, Mittel und Kleine. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Diese wiederum sehr laut formulierte Frage verstehe ich klar und deutlich. Sie verlangt eine ehrliche Antwort. Also, falls das die Bedingung ist, hier etwas zu essen zu bekommen, dann ja. Also, machen wir weiter? Die Stimme schnauft kurz. Und fragt. Gut. Etwas zu dem Pommes? Ein schönes Steak, blutig. Und ein Glas 1996er Spätburgunder, bitte. Ich komm gleich raus und gib's dir blutig. Ja, machen Sie das, aber verschütten Sie den Wein nicht. Schluss jetzt. Schalter 2, 4,15 Euro. Oh, schade. Schon vorbei. Gerade wo es anfängt lustig zu werden. Aber ich habe noch ein Assenärmel. Ich zahle mit einem 200-Euro-Schein. Tut mir leid, ich habe es nicht größer. Freundlich werde ich ausgekontert. Macht nichts, das habe ich mir schon gedacht. Mit kaltem Blick lässt er mein Wechselgeld auf dem Stahltresen klappern. Für mich aber kommt nun das große Finale. Könnte ich eine Quittung bekommen, ist ein Geschäftsessen. Wow, das war ja mein Text und ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und jetzt könnt ihr gerne mal bei mir vorbeischauen. Ich mache nämlich ziemlich komische Videos mit Katzenbabys. Na schmarrn, ähm, also ihr könnt mal vorbeischauen. Vielleicht taugt es euch ja. Ähm, und abonniert auch mal den guten Masterchem. Ja, was es wirklich verdient. Und schaut meine letzten Videos vorbei, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und noch viel Spaß hier auf YouTube. Ciao, ciao. Ciao, ciao.